Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Spürt ihr den Morgen? Morgen des Lebens, Sonne vertreibt die Schatten der Nacht. Öffnet die Augen, öffnet die Herzen, Klage verstummt und Freude erwacht. Seht ihr die Zeichen, Zeichen des Lebens? Fels ist gewichen, Wege sind frei. Frauen am Grabe wagen zu hoffen, trauen dem Engel, alles wird neu. Ostern ist das Fest des Lebens. Christus tritt aus dem Tod ins Leben und kommt uns entgegen. So wie bei zwei Menschen am Ostermontag. Ihre Hoffnungen haben sich zerschlagen. Frustriert machen sie sich schweren Herzens auf den Weg in ein kleines Dorf. Ist da niemand, der mit ihnen geht? Wir hören ihre Geschichte. Sie steht im Lukas-Evangelium. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa 60 Stadien, das sind ca. 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hätten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, Worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft? Da blieben sie traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist? Jesus fragte sie, Was denn? Sie sagten zu ihm, Das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren frühmorgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten. Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, Warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn. Bleibe doch bei uns. Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte? Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die elf Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Es ist Ostern. Christus tritt aus dem Tod ins Leben und kommt uns entgegen. Und wie? Der auferstandene Christus geht mit uns und hält aus, was gerade so schwer in unserem Leben ist. Der auferstandene Christus ist hier und jetzt an unserer Seite. Er geht mit uns spazieren und öffnet so in unserem Leben den Raum für die Begegnung mit Gott. Der auferstandene Christus begleitet uns, stellt Fragen, tröstet, hilft Geschehenes zu verarbeiten und zu deuten. Und wir? Hört ihr die Worte? Worte des Lebens? Hört nur, wie Jesus selbst zu uns spricht. Ich bleibe bei euch. Heute und Morgen. Geht, sagt es weiter. Fürchtet euch nicht. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich beschützt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich begleitet. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Licht leuchten über dir und mache dich heil. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020